Hallo und herzlich willkommen zur Sau mit Bart, Episode 3. Mein Name ist Dave und ich zeige dir, was du heute verpasst hast, wenn du nicht auf tagessau.tv warst, an diesem wundervollen Samstag. Ja, wir haben heute zwei Säue veröffentlicht, Sau im Dorf. Die erste Sau ist, glaube ich, eine der wichtigsten Säue überhaupt. Denn es geht um einen alten Bekannten, einen Investor mit sehr, sehr gutem Riecher. Der hat damals schon sehr intensiv investiert in die Firma Biontech, die wir jetzt alle kennen. Obwohl diese Firma seit zwölf Jahren am Markt ist und noch niemals ein marktfähiges Produkt hatte, hat dieser Mann den richtigen Riecher gehabt. Absoluter Wahnsinn. Ich denke mal, er ist so eine Art Orakel. Und zwar ist das Bill Gates. Und seine neuen Orakeleien, die werden in der heutigen Sau, in der heute Morgen erschienenen Sau 148, näher erklärt. Unter anderem wünscht er sich gelbe Soldaten, die sofort eingesetzt werden können, überall in den besonders krisenbehafteten Gebieten. Und er wünscht sich Megatestzentren. Ja, ja. Und das ist sehr, 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 sehr ambitioniert, was er sich da vorstellt. Und es ist so wundervoll. Also, guck dir das an. Gelbe Soldaten, die Ära Lockdown. Und dann gibt es heute noch eine zweite Sau im Dorf, die du auf tagessau.tv dir anschauen kannst. Oder auch als Podcast anhören kannst auf tagessau.tv slash Podcast oder in deiner Podcast-App, wenn du einfach nach Tagessau suchst. Mein Name ist Dave. Bla, bla. So, worüber wollte ich hin? Die zweite Sau im Dorf geht darum, wie gut Corona für uns war. Denn Corona hat sehr, sehr viel Gutes für uns getan. Unter anderem sind die Krankheiten weg. Ja, also nicht nur die Einzelhändler, Hotels, Kneipen, Restaurants, Friseure und Kosmetik, sondern auch viele, viele Krankheiten. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann guck dich um auf tagessau.tv. Erzähl deinen Freunden und deiner Mutter davon und ich freue mich, wenn du am Start bist. YouTube ist nicht mehr der Bereich, wo man Videos einfach so hochladen kann zu satirischen Themen. Satire ist viel zu gefährlich für YouTube. Sie haben Angst. Sie haben Angst vor unseren Stickern. Sie haben Angst vor unseren Videos. Sie haben Angst zu lachen. Und sie haben Angst, dass jemand sie darauf hinweist, dass das alles sehr lustig ist. Im Grunde genommen. Macht was draus geht auf tagessau.tv. Klickt auf den Link unter diesem Video. Ganz liebe Grüße. Ich bin Dave, der Haarige. Ciao.